So, Freunde, wir ziehen uns jetzt rein, was man aus den neuen 88 Plus Prime Mid- oder World Cup Icon Player Picks ziehen kann. Ich finde, die hätten da ruhig komplett Prime gönnen können. Warum Mid? Warum noch Mid mit dazu? Voll unnötig, finde ich das. Aber ja, wir gucken mal, was die Leute so draus ziehen. Ja, würde ich einen Druck machen. Carlos Alberto ist auch geil, okay. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Das war der erste Pick. Ihr könnt mal reinschreiben, was ihr so schönes gezogen habt. Finde ich mal geil, dass jetzt auch mal wieder so ein Pick rausgekommen ist. Was zieht der hier? Boah, Buschkas Prime. Ei, ei, ei. Also, scheint zu gönnen, Leute, ne? Scheint zu gönnen. Aber dann öffnest du selber und du ziehst Klose Mid, Prime und World Cup gefühlt, Alter. Gibt es überhaupt World Cup? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ist auch Minus eigentlich. Minus das Pack. Ich will jetzt mal so einen richtigen Banger sehen. Ich stelle mir vor, du ziehst so Pelé Prime, R9 Prime, Ronaldinho Prime. Ey, meint es gab schon mal so einen Pick? Safe, oder? Mal gucken, was hier kommt. Ach, du Scheiße. Ja, Buschkas ist noch okay, aber ist auch nur der mit Buschkas, ne? Ich weiß auch nicht, dass ist der Yellow vom Deck. Mal gucken, was zieht der Nächste? Boah, das war ja kompletter Reinfall. Kompletter Durchfall war das. Ei, 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 ei. Wo bleibt der Erste, der mal R9 zieht? Ja, okay, Blanc. Ah! Also, du kannst auch sehr viel Spieler ziehen, die fast gar nichts wert sind, ne? Vor allem jetzt gerade aktuell in der Zeit, hier zu FIFA, alles gefühlt. Oh mein. Du kleiner, dreckiger... Alter, was ist das? Pelé? Matthäus? Already owned. Ist das geisteskrank, Alter. Ja, und bei mir kommt... Schreibt mal rein, was ihr gezogen habt, Leute. Was habt ihr hier noch? Dolglish... Dolglish wärmeier. Dack, 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 dack. Okay. The next one, please. What is getting in the pack? Ach, du... So sehen meine Packs dann aus. Genau so. Genau so sehen meine Packs dann aus. So wie bei ihm gerade. Alter, der eine... Pelé war schon krass, Alter. Oh, oh, oh. Junge, wen würdet ihr nehmen? Ich wüsste es selber nicht, Leute. Ich glaube, ich würde mal Jacinio nehmen. Jacinio ist zu krass. Ich glaube, er ist krasser als Eusebio dieses Jahr. Alter, okay. Also jetzt kriege ich echt Bock auch auf diese Packs, Mann.